Sawadee Krab, liebe Thailand-Fans, herzlich willkommen zu diesem kurzen Video in eigener Sache. Ich habe eine Firma beauftragt, ein Video zu erstellen, bei dem ihr zu Wort kommen könnt. Es ist eine Art Video-Interview, bei dem es darum geht, welche Erfahrungen habt ihr denn allgemein mit dem Thai-Lernen, also welche Methoden habt ihr schon ausprobiert und wie sind im Speziellen eure Erfahrungen mit thailern.net und warum funktioniert das für euch besser, als wie alle anderen Methoden, die ihr vorher ausprobiert habt. Es sind so vier bis fünf Fragen, der Zeitaufwand wird maximal 20 Minuten sein, auf keinen Fall darüber hinaus. Und vielleicht ist ja der ein oder andere da draußen, der Lust hat, da mitzumachen. Ich würde mich darüber in jedem Fall sehr freuen. Falls du in Thailand lebst, könnte es sogar sein, dass ich persönlich bei dir vorbeikomme und das Interview natürlich auch gern persönlich bei dir vor Ort führe. Und so hätte man auch mal Gelegenheit, sich persönlich kennenzulernen. Falls du Interesse hast, dann schick mir doch bitte eine kurze E-Mail an info-at-thailernen.net mit den wichtigsten Daten, vor allem deinem Benutzernamen, mit dem du dich auf der Webseite anmeldest. Wenn du in Thailand lebst mit deinem aktuellen Standort, ganz grob reicht schon aus. Und vielleicht einfach zwei, drei Sätze, warum du Lust hast, dabei mitzumachen. Ich freue mich darüber sehr. Falls du Interesse hast, bedanke mich schon vorab. Und wir sehen uns dann im nächsten Lehrvideo rund ums Thai-Lernen wieder. Cock und Krab, Savadi Krab und bis dahin. Musik 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 Musik